Herzlich Willkommen zu einem neuen Video ihr Fick, aber da müsst ihr euch mal wieder Busch Wir Spielen Zombies in Spaceland Ja, Mutlich stürzt das Spiel bei mir gleich ab und die Aufnahme ist weg, weil Dank Jan, Schaut in die Kommentare Danke Jan Ich bin so sehr wichtig, dass ich früher immer gespielt habe Dieses Spiel war scheiße Call of Duty ist für die Worte Es ist eine Reihe Ich habe sie immer gespielt Mach Strom an Oma, so sieht alles bisher aus Und es ward Licht Ja, ich habe es nicht angemacht Ich habe den letzten Ziedischen, da ist auch Warren Buffett dabei Was ist schon ein Horrorfilm, wenn dabei keine schönen Leute sterben? Äh, so ist jetzt sterben angesagt Wegen eures Talents habe ich euch nicht ausgesucht Hier ist die Hailstorm Ja, ich habe es Ja, ich höre es Ja, ich höre es Ich kaufe auf das geld ww word white web oder was ww world war 2 alter call of duty world war 2 Aber der Soundtrick ist voll geil. Ich sterbe gleich. Goh, mach die Mission an. Ich spiel das Spiel nur auf Deutsch wegen Swatchwap. Wir müssen sterben, ist die Mission. Wir dürfen nicht sterben. Kommen sie nicht in Eliminator. Hast du manchmal dieses seltsame Gefühl, dass du das alles schon mal erlebt hast? Das ist ein Geashapon. Stimmt ja, der Strom ist ja noch aus. Ach, stimmt ja. Der Strom ist ja noch aus, Marlon. Marlon, wir kaufen erst hier auf, okay? Mach mal auf die Tür. Lass uns auf die Kiste gehen. Nein, nein, komm, komm, komm. Mach auf. Hier, mach auf, ja. Du brauchst auf. Du brauchst zweimal das. Wo ist mein Dispo, wenn ich ihn mal brauche? Du brauchst uns viermal. Passt. Hab kein Geld, Mann. Marlon, ich spiel das Spiel auch. Geil, erst mal. Ich liebe Crafting. Ich liebe Crafting. Unendlich Granaten. Unendlich Granaten, auch die Granaten, raus. Unendlich Granaten könnte ich mir gar nicht wünschen. Das ist definitiv die dunkle Seite des Mondes. Ja, ich hatte kein Geld, Mann. Ja, ich hatte nie eine Option. Neuer Rang, Rang 2, geil. Hey, Genius. Doch, ist das Geld für mich? Genius. Wo ist hier das? Ich hab ein Skill. Hey, Genius. Wo ist hier der Strom? Äh, hier lang. Ich muss noch die 2 aufkaufen. Das war ne. Der ist auf der Nummer. Immer her damit. Die wollen hier mir gerade kaufen, wieder. An der Wand. Ich kriege da aber noch ein bisschen Geld. Ich will sie nicht. Ich weiß, wie du das kannst. Das Ding ist aber schwer. Ist aber schwer. Liegt ihr, was eine Waffe ist und die Wichtheit ein bisschen. Komm. Wir können weiter. Äh, Text. Du musst hier frei kaufen. Nicht da, Alter. Da ist die Spielehalle, ich weiß. Aber ich hab erst 180, Mann. Ich hab weniger Geld als du. Ja, ich kaufe frei, wenn ich's kann. Psycho-Op-Shooter. Ich hab' jetzt 400. Hast du nachgeladen? Ja, äh, ja, hab' ich, hab' ich. Der Sound ist so scheiße laut, Mann. Ich hab' neug, oder? Ich hab' das Gefühl, und falls ihr euch gerade gefragt habt, so fühlt es sich an, ein Versager zu sein. Fakt mal hier deine Münze rein. Ja. Was? Ich hab' ne rote Münze aufgesammelt. Fakt hier mal hier rein. Ja, ich... Spare. Ich kenn' nichts, so wie die Automaten. Ich spiel' dieses Spiel. Ich hab' den Rest alles bei Keystroke gesehen, also. I have a... Geschütz. Super Englisch, richtig wahr? Auf Entfernung, Töten. Nice, ne Volk. Klaus! What? Fickt mich nicht! Ich fick' euch, ihr kleinen Bastarde! Wuh! Guck' mal, hier bist du da da mal. Oh, zum Teufel sind die ganzen Stromschädter. Ich bin selbst ein ganz guter Schmied. Da ist ein Autoscooter. Früher waren sie mit Hutten oder, äh, Klaus oder irgendwelchen seltsamen Zombies, immer. Ah, hier ist ein Naga. Ähm, immer. Die kannst du auch zerschlagen, wenn du rechtzeitig schlägst. Ähm, immer, haben die immer Boni gebracht, wie Nazmonition oder sowas. Oh. Was ist drin? Das kann auch Mimi sein. Hä, das... Äh, nachladen, nachladen, nachladen. Hier ist Max. Ich hab' nach neun Munition gekauft, aber... Egal. Insta! Sofort sie! Wenn doch ich das Geldstil, den ich habe. Schaut sich mein Rollenspiel doch noch aus. Run 3. Ah, in Springtöten, Liam. Ja, lass, geht mir da voll recht schwer. Mit Exaktion geht das Rollenspiel. Hab's, Schaffi. Oder Pi ist man schon nicht in der Hand. Ich hab's geschafft. Oh, ich hab's gehört, ich hab's gehört, ich hab's gehört. Geh drauf! Kannst du mal hier bitte die Tür aufkaufen? Ich komme, ich komme, ich komme, ich komme, ich komme. Ich hab nur kurz ein paar Zombies gekillt. Wo bist denn du? Ah, da. Aber ich wollte mir erst mal einen Logger kaufen. Aber du Scheiße! Aber ich bin jetzt noch nicht. Vorwärts! Autoscooter! Was? Oh, da kann ich auch noch was tun. Oh, da ist das. Ja. Das ist egal. Ey, lass mich. Ich bin beschäftigt, lass mich. Hoffentlich würfel ich jetzt eine 20. aber diese sprüche sind so nice hat sie auch drehen wenn du möchtest noch einen willst du für diese automaten am besten er ist blubel ich habe ich gewählt habe ja ich habe hier gedreht Was? Was? Oh, hieß das nicht! Oh, jetzt nervig! Scheiße, ich geh drauf! Drauf! Ja, ich kann aber hier nicht einfach stopp machen! Boah! Gehen wir wieder an die Arme! Nein! Ich nehme das! Boah! Als ob man in den 15ern wäre! Puh! Du hast noch keine Schutzkanz versetzen! Ich habe die Brille gefunden! Lass mal die Folge nicht hochladen! Ich... Hab ich jeden aufgekauft! Dreh mal hier! Oh! Ich hab was Großes bekommen! Nicht in den Keller! Der ist gefährdet! Komm da raus! Der ist nicht zu tieflich! Ich weiß! Ich weiß! Ich hab was richtig Großes! Wir brauchen mal eine Pause! Dann schaut jederzeit an! Und auf jeden Fall! Und auf jeden Fall! Die Preise sind einfach voll kraftisch! Oh! Stimmt ja! Der Strom ist ja noch... Das einen Müll! Ist das anderen... Die Arme! Könntest du mich mal ganz kurz geschütten? Ich muss doch was dranhören! Wir brauchen das Konzernkreis! Wapp! 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 Killed! Falls ihr euch gerade gefragt habt... Wieso fühlt es sich an ein Versager zu sein? Das ist so als würde man einen Fort bauen! So! Zugemacht! Wer ist jetzt wieder da? Wer? Ich! Roman! Roman! Wir waren alles teuer! Wie hab ich ihn gekommen? Ich hab's gerade einen Naht zu kommen! Mach mal dein Glück! Pack mal dein Glück! So kann man nicht so machen! So kann man nicht so machen! Wow! Was ist das für ein Ding? Wir können jetzt einen riesigen Warten! Äh, der jetzt kommt! Komm mit rein! Komm mit rein! Aktiviert die Tanzfläche! Wuhuuu! Was zur Hölle ist das denn? Ich sehe! Du hast schon Angst! Komm mit rein! Komm mit rein! Ich brauch etwas Money! Sonst bin ich Zombie-Futter! Ja, der ist sobald du mich anfasst und breff ich Zombies! Oh, das ist aber warm in meiner Hose! Oh ja, ich hab die Helme runtergeballert! Du erinnerst mich an die Helme runtergefallen! Du erinnerst mich an die Helme runtergefallen! Oh nein! Du kommst doch mal her! Oh ja! Oh ja! Du bist ja komm aus dem kleinen Rohr, Jungs! Oh ja, so klar! Das war's schon mit der ersten Folge! Darum wirst du zusehen! Ippischer!